Hi, hier ist der Schuh von AndroidPit.de und in meiner Hand halte ich ein sehr spannendes Gerät von Asus. Das ist nämlich das Zenfone Max. Max steht auch für eine Besonderheit an diesem Smartphone. Dazu komme ich gleich, wenn wir in das ausführliche, kleine, kurze Hands-On-Need mal reingehen. So, jetzt sehen wir also das Zenfone Max hier in meiner Hand. Dieses kleine, schicke Smartphone von Asus soll bald nach Deutschland kommen. Mal sehen, wann das denn genau ist. Das werden wir noch erfahren. Auch so einen Preis können wir noch nicht genaues sagen. Und auch anmachen dürfen wir es auch nicht, weil das noch eines der sehr frühen Prototypen sind, die wir hier in der Hand haben dürfen und euch das eben auch schon mal zeigen können. Was ist das nun? Das ist ein ziemlich großes Smartphone und zwar ist das mit 5,5 Zoll Display ausgestattet, das nicht ein Full HD, sondern eine HD-Auflösung hat. Das finde ich das Besondere, auch die ganze andere Hardware ist eigentlich nicht so flachschiffmäßig, wie man es gerne hätte. Ein Snapdragon 400er Serie wird da drin verbaut und eine 13 Megapixel Kamera kommt da auch dazu. Was das ganz besonders macht, ist nämlich der Akku. Man sieht das schon an der etwas dickeren, gewölbten Rückseite, dass hier drin ein richtiger Powerhouse drin steckt. In Sachen Akku, Leistung und Laufzeit. Kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. 5000 mAh beinhaltet dieser Akku. Damit sollte man locker zwei Tage eben halt über den Laufzeit über den Dingels bringen können, sodass man da eben halt die Steckdose lange vermeiden kann. 5000 mAh haben natürlich auch einen Nachteil. Es ist schwer. 190 Gramm ungefähr wiegt dieser kleine Klopper. Und ja, was gibt es sonst noch dazu sagen? 13 Megapixel Kamera und der Preis, internationaler Preis, ist schon so ein bisschen durchgesickert, soll bei 300 US-Dollar eben halt liegen. Damit können wir auch so ungefähr abschätzen, wie viel das dann hier in Deutschland kosten wird. Und nicht ungefähr so gleich so viel. Und das war es eigentlich auch schon zu dem kurzen Hands-On vom Asus Zen von Max. Mein Name ist Schuh. Folgt uns sämtlich in den sozialen Kanälen. Wenn ihr das Video mögt, dann liked es bitte und folgt uns nicht nur in den sozialen Kanälen, sondern lest auch den Artikel zum Zen von Max. Alles weitere auf www.mw.p.de